Ich meine, genauso wie ich von Halle zu Lautern gewechselt bin, war das alles, das habe ich damals schon gesagt, die Entscheidung eines Familienvaters und das war jetzt wieder so. Und ich werde am Ende des Tages ins Spiel gucken können, sagen können, ich musste meine Familie nicht verlassen. Wir haben uns natürlich das Leben selber schwer gemacht, weil wir gesagt haben, die werden mich nicht rausreißen aus dem Umfeld. Aber das ist mir am Ende des Tages als Privatperson wichtiger, dass ich zwei Jahre nicht Kleinkindalter von meinen Kindern nicht da bin, nicht präsent bin, ganz einfach so. Und da muss ich natürlich damit auch leben. Und jetzt geht es darum, ich freue mich, wurde gut aufgenommen. Und jetzt heißt es einfach weiter arbeiten und privat genießen. Das heißt nicht, dass ich der Übervater bin, ich komme trotzdem nachher nach Hause und schreie nach fünf Minuten, weil ja gar keiner zuhört, aber das ist ja das Schöne am Vater. Auf mir bereit zu sein, ja.